Ah ja, Goblin Magier. Ja, klar. Oh, hab ich gut gemacht? Aua. Überfreund. Gar nicht mal im Wald drin. Trotzdem kommt die Musik. Zu schwer. Nein. Ah ja, hier sind wir. Ist hier Bescheid, Leute. Hier ist auch eine Velia-Statue. Velia. Gewinn. 400. Ist schon mal ne runde Summe. Aber die Musik hat doch was. Oh ja, mit dem Himmel passt's. Na ja. Ich bin gekommen, um euch dreckigen Rebellen den Garaus zu machen. Kannst du haben, Bürschchen. Jetzt bist du da. Komm, mach mir mal. Ah ja, und der kämpft, äh, hier jetzt gegen Viecher. Ach, der auch. Okay. Ich bin ein bisschen unvorsichtig gewesen, wenn ich zugehe. Geben, hier ist es. Ja. Ja. Hahaha. Ach. 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 Ach! Ach. 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 Ey, du Sau. Ja, das wisst ihr nicht, wer zu schätzen, oder wat? Meine Fresse, ey. Nein, 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 nein. Ich mach voll den großen Fehler hier. Lallelelele. Boah, Alter. Die krieg ich auch schlecht abgehangen. Boah, du Mann. Hier bin ich erstmal sicher. So. Auf ins Gefecht. Ey, passt auf. Danke. Schweine hier. Hier bin ich. Ja, da. Zau. Jungge, 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 jungge. hier ist zum Glück ein Nagerfeuer wo ich jetzt hier mein Fleisch brate ich hätte Altränke auch noch kaufen sollen fängt mir grad mal so auf ich wollte hier jetzt nochmal einwerfen dass Silden wirklich einer der schönsten Orte hier im Spiel sind wenn ihr mal umguckt diese weite Ebene der Wasserfall und jetzt hier der Wald gut dann folgen wir weiter dem Weg mein lieber Freund dich haben wir noch übersehen Aua das sind noch ein paar Lurker soll ich mal in dem Fall zu Kopfnusspfeilen umsteigen und hoffe dass ich den Kopf treffe Alter aber voll umgeworfen Boah gefällt mir Ach man Halt doch mal still Ah wie gefällt euch dat Ich hab doch geblockt Das ist doch verarschen Junge, 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 Junge Haltdrink hab ich jetzt inzwischen nicht mehr bekommen Nee, hab ich nicht Natürlich nicht Ho, 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 holocaust Wollt ihr wohl damit aufhören? Nö Keine Lust Au 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 Da Toll, danke Da Au Ach Ach alter Das nervt Ach komm, als ob der daneben Ja, als ob der mich trifft Ich lauf doch hier Ich lauf doch hier Ja, Hüftung immer Da war da noch einer Ist der zurückge... Schön wie gleich den Verkokeln Naja, so ganz verkokeln die ja doch nicht Schade Na komm Aha, hab ich ihn doch erwischt Bleib stehen Erwischt Dann im Nackern, mein Freund Wie früh ist es? Oh Ist ja schon fast morgendrauen hier So allmählich graut der Morgen Vor Sonnenaufgang kriege ich es ja noch nicht alle platt So schauts aus Hör bloß auf mit dir scheiß 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 Ich war's ja nicht schon gut Ja Ich denk darüber mal Ich denk darüber mal Na komm jetzt Na komm jetzt Und ihr wollt damit aufhören Bleib stehen Ich bleib schon stehen Ah, wie find ich denn das? Natürlich von der Scheiße. Ach! Ach, fick doch die B***! Entschuldigung für die Aussage, aber boah, nee. Ich weiß nicht, das hat sich bei mir auch so festgefangen jetzt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich hätte weglaufen sollen, beziehungsweise Anlaufe. Och, leck mich doch, jetzt darf ich schon wieder hier. Das hatte ich nicht gespeichert, ernsthaft? Muss ihr wohl damit aushören? Keine Lust! Ihr Schweine. Ich hätte jetzt noch gerne Blut gesehen. Ich meine... Bleib stehen! Ja, keine Lust. Ja, super, jetzt stehen die alle wieder auf. Ey, das ist total scheiße jetzt. Scheiß Dreck. Ich meine, wenn ich schon im echten Leben nicht töten kann, muss ich das doch irgendwie hier ausleben. Jetzt sind die natürlich vollgeheilt. Ja. Krieg ich sich doch noch? Ja. Wannst du? Boah, ich krieg einen Anfall. Die sind vollgeheilt. Ach, ich töte euch ja noch alle hier. Ihr werdet sehen. Stört. Stört. Da liegt noch eine Hellbade. Wo ist die Kamera so weit raus? So, und jetzt sollte ich nochmal schnell speichern. Ich bräuchte auch mal einen besseren Bogen, oder? Meine 70 Schaden, das ist ja wirklich nichts für mich hier. Ich glaube, dass ich jetzt mal wenige wegziehen kann. Ich habe die alles blocken können, ne? Arschlöcher! Ach, Alter! So was hat doch laufen, ey, so ist das echt eine Wohltat. Sorry, aber die schicken mich doch alle zum nächsten Psychopathen. Ich weiß nicht, ob der mir noch hilft. So was ich gesagt habe, Vielen Dank.